Hallo? Hallo? Ich bin da eben... Hey! Die Hinteransparen zu fahren! Ich hab die gesuchte Person gefunden. Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Irgendeine kranke Scheiße geht hier ab. Hulife! War das ein Traum? Oder war das alles wirklich passiert?